24 Angler auf zwölf Booten jagen drei Zielfische mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Hammondwirt und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem brandneuen YPC Format. Nachdem die ersten beiden Staffeln YouTube Predator Cup immer im Wechsel vom Ufer und vom Boot ausgetragen wurden, wurde ab der dritten Staffel fast nur noch vom Ufer gefischt. Da das Interesse am Raubfischangeln vom Boot jedoch ebenfalls riesengroß ist, bin ich sehr sehr froh, euch heute das erste reine Bootsturnier auf Hecht, Barsch und Zander von uns vorstellen zu dürfen, den YPC Boat. Die Show ist hauptsächlich auf Deutsch. Wir haben allerdings auch einige internationale Angler dabei, die wir Deutsch untertitelt haben. Es ist allerdings wichtig, die Untertitel zu aktivieren, auch die Deutschen. Wer die Produktion der YPC Formate unterstützen möchte, kann das mit Käufen der teilnehmenden Marken bei uns im Online-Shop tun oder alternativ LMAB Produkte im stationären Fachhandel kaufen. Ich bin sehr sehr froh, euch sagen zu können, dass auch der YPC Boat von keinem geringeren kommentiert wird als von Charles Rettinghaus. Viel Spaß mit der ersten Folge. Bevor wir mit dem Turnier loslegen können, wollen wir euch natürlich mit einigen Informationen zu den Teilnehmern, den Regeln, dem Modus und der Location versorgen. Der YPC Boat ist ein Mannschaftswettbewerb mit Teams aus jeweils zwei Personen. In der Gruppe A fischen die Angelmarken Nace, Elex, Catch with Care und Head Bangalours. Der Echolot-Produzent Hammondbird, so wie der Bootshersteller Finnball. In Gruppe B sind die Angelmarken Abu Garcia, Bullseye, Hearty Rice, LMAB und Westin, so wie der Bootshändler B1 Bootscenter vertreten. Die Teams fischen je zwei Angeltage in ihren Gruppen. Die jeweils besten drei ziehen ins Finale ein, in dem dann nochmals zwei volle Angeltage um die europäische Krone im Bootsangeln gefischt wird. In den zwei Angeltagen können die Teams bis zu acht Wertungsfische einbringen. Zwei Hechte, zwei Zander, zwei Barsche und zwei beliebige Fische dieser drei Arten. Wie beim YPC üblich, werden die Fischlängen mit den Multiplikatoren 1 für Hecht, 1,3 für Zander und 2 für Barsch multipliziert. Wegen der Jahreszeit zum Drehzeitpunkt haben wir uns gegen Topwater-Punkte entschieden. Aber wie vom Ufer gibt es einen Punktabzug für Abbisse, so wie eine Zeitstrafe, wenn Fische an der Schnur aus dem Wasser gehoben werden. Die Fische müssen mit Kunstködern gefangen werden. Schleppen, Vertikalangeln sowie pelagisches Angeln per Live-Technologie sind nicht erlaubt, bis auf eine Ausnahme. Jedes Team kann am Tag eine Stunde lang die Power Hour aktivieren. In dieser Zeit sind alle Kunstköder-Techniken erlaubt. Wann die Teams ihre Stunde nehmen, können sie selbst entscheiden. Die restlichen sieben Stunden muss die Live-Technologie während des Fischens ausgeschaltet und der Köder mindestens fünf Meter weit geworfen werden. Die sechs Teams einer Gruppe starten um acht Uhr an der Slip-Stelle De Banan am Hollands Dieb. Sie haben dann acht Stunden Zeit, in denen sie hinfahren dürfen, wo sie wollen. Realistisch stehen ihnen damit die drei Großgewässer des Rhein-Mars-Deltas, also das Hollands Dieb, das Haringfliet und das Volkerrack, aber auch alle in ihnen mündenden Flüsse wie zum Beispiel die Deutsche Kiel, die Ammer oder die Meerwede zur Verfügung. Sie müssen nach acht Stunden nicht zurück am Hafen sein, können ihren Tag also beenden, wo sie möchten. Am ersten Angeltag kennen die Teams die Ergebnisse der Gegner, am zweiten wissen sie dann nicht, was die Kontrahenten fangen. Kommen wir zu den sechs Teams der Gruppe A. NACE ist eine moderne deutsche Marke für Angelequipment und Streetwear, die 2019 gegründet wurde und bereits heute in vielen Angelgeschäften Europas zu finden ist. Ihr Gründer Dustin Schöne lässt es sich auch beim YPC-Boat nicht nehmen, selbst anzutreten. Das ist wenig verwunderlich, da Dustin zweifelsohne zu den erfolgreichsten europäischen Anglern der letzten Jahre gehört. Er gewann unter anderem 2017 die WPC, 2018 den YouTube Predator Cup, 2021 Zander Pro und wurde kürzlich zweiter im YPC und bei Perch Pro. Den Berliner sollte man also grundsätzlich immer auf dem Zettel haben. Sein Partner Felix Weckesser ist turniermäßig ein völlig unbeschriebenes Blatt. Doch der professionelle Routenbauer, der regelmäßig mit Dustin auf dem Kanal Forstcast zu sehen ist, kann ebenfalls bärenstarke PBs vorweisen. Die schwedische Firma Catch with Care fungiert in erster Linie als Distributor verschiedener europäischer Brands wie Strike Pro, BFT und Miros Maus und schickt zwei Angler mit unglaublich viel Erfahrung ins Rennen. Stefan Trumstedt aus Schweden gehört zu Europas bekanntesten Hechtanglern. Der Produktmanager konnte allein viermal das Hechtturnier Fly vs. Jerk von Kanal Gratis gewinnen, doch er hat noch nie in seinem Leben in den Niederlanden gefischt. Dafür ist die Ortskenntnis bei seinem Teampartner umso größer. Perch Pro 7 Champion Everett Ostern kennt die Gewässer wie seine Westentasche. Wir haben es hier also mit einem brandgefährlichen Duo zu tun. Humminbird entwickelt und produziert seit 1971 Echolote in den USA. Die Qualitätsprodukte sind dort nicht zufällig die meistgenutzten Fischfinder zum Raubfischangeln. Das Humminbird-Team wird von zwei Anglern gebildet, die sich sehr gut auf den Gewässern auskennen. Wer die YouTube-Videos von Luis Mendes auf dem Big Al Fishing Channel guckt, der weiß, wie oft der Dortmunder mit mexikanischen Wurzeln vor allem auf dem Volkerrack unterwegs ist. Und auch sein Bootspartner Lukas Ripplinger, den ihr vielleicht aus dem YPC Best kennt, hat im Delta schon viele Turniere gefischt und natürlich schon etliche gute Fische gefangen. Für Finnwahl, die in der Ukraine hochwertige Aluminiumboote herstellen, treten zwei noch eher unbekannte, jedoch nicht minder erfahrene Angler an. Der Deutschpole Martin Sinkiewicz angelt schon lange und, wie man anhand seiner PBs sehen kann, auch sehr erfolgreich in den Niederlanden. Sein bester Angelkumpel Simon Marsch bezeichnet das Haringflied sogar als sein Lieblingsgewässer. Gucken wir mal, ob dieses perfekt eingespielte Team mit vergleichsweise wenig Turniererfahrung für eine Überraschung sorgen kann. Die Marke Headbanger Lurs aus Schweden steht in erster Linie für extrem innovative Köder, die durch ihr spezielles Laufverhalten Raubfische aller Arten überzeugen. Für Headbanger startet ein bekanntes Gesicht aus Perch Pro und Fly vs. Jerk. Der Schwede Emanuels Wert hält mit 61,5 Zentimetern den offiziellen schwedischen Barschrekord und auch Hecht- und Sanderangeln beherrscht er wie im Schlaf. Unterstützt wird er von einem Lokalmatadoren. Sven Midljans aus den Niederlanden hat bisher zwar kaum Turniere gefischt, doch dafür eine Menge Erfahrung auf den Gewässern zu bieten. Komplettiert wird diese starke Gruppe von der französischen Premium-Marke für Angel-Equipment Ilex. Der frischgebackene YPC-Best-Champion und WPC-Gewinner Marc Paczowski ist heiß auf den nächsten Titel und hat sich für dieses Turnier prominente Hilfe geholt. Guile Evan gehört zu den besten Raubfischanglern Frankreichs. Der Produktentwickler von Ilex und Ganki ist ein extrem erfahrener Turnierangler. Seine größten Erfolge waren diverse erste Plätze in den französischen Raubfischmeisterschaften, so wie ein Vize-Weltmeistertitel im Hechtangeln. Genug geredet, lasst endlich die Boote und dann die Köder ins Wasser! Musik Ok, es sieht gut aus, alle bereit sind? Musik 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 Die Boote machen sich auf den Weg zu ihren ersten Angelstellen. Nays und Hammondbird biegen nach links aufs Haring-Fleet ab. Alle anderen vier Teams probieren ihr Glück zunächst auf dem Hollands Deep. Headbanger ist nach kurzer Fahrt bereits am ersten Spot angekommen. Wir sind gerade am ersten Spot gekommen. Eine kurze Fahrt. Die anderen Leute fliegen weg. Mit ihren schnellen Booten gehen wir nach Sander und Perch. Ja, wir starten immer näher an der Boote-Ramp, weil die meisten Leute nur die Gas anziehen. So ein kleiner Tipp, probieren wir den Boote-Ramp. Das ist ein Spot, wo wir tief in 7-8 Meter starten und dann bis zu 3-4 Meter fangen. Das ist ein schönes Blatt mit Musseln. Und wir haben an der Seite ein kleiner, aber jelliger Plateau. Ich habe schon ein paar Baitfisch-Jumpen gesehen. Also, wir beginnen mit einigen neuen Jigs. Ich gehe für den Bangeribs-Prototypen. Der größte Größe. Und ich gehe mit diesem Lime Shad-Color. Hoffentlich ist das nur ein Trick. So, das ist der erste Test. So Leute, herzlich willkommen an Bord von Team Finnwald Germany. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt und werden heute mit dem Hechtangeln starten. Das heißt, Flachwasser angeln, werfen, 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 viel Strecke machen. Ich starte mit einem Chatterbait. Ich genauso, weil es einfach funktioniert hat die Tage. Wir sind hier an einem Spot unweit der Startstelle, kennt jeder. Aber wir haben festgestellt, der Badestrand, der ist am Wochenende immer gut besucht, viel aufgewühlt. Da tummeln sich Futterfischlein hier überall rum und die Hechte waren auch da. Und mit ein bisschen Glück knallt auch ein Lucky Punch-Barsch rein auf dem Chatter. Weil die standen hier auch die Tage. Das heißt, dementsprechend sind die Köder erst mal klein. Ja, wenn wir die Hechte hoffentlich oder auch die Barsche voll haben, dann gehen wir eine Nummer größer. Jetzt geht es aber erst mal los. Wir sind am ersten Spot angekommen, wir haben schon das erste Chaos auf der Rolle. Ich bin ziemlich weit und ziemlich schnell gefahren, das war sehr wellig und Gail hat, glaube ich, ein paar Meter Schnur verloren. Aber wenn der Tag so anfängt, kann es ja fast nur besser werden. So, jetzt suchen wir uns mal einen schönen Crankbett raus. So, ihr seid bereit? So, jetzt geht's los für mich, der erste Wurf beim YPC. Boat! Okay, jetzt geht's los für mich, der erste Wurf beim YPC. Hoffentlich bringt ihr gleich einen Fisch. Ich habe schon zwei, drei Würfe gemacht, noch kam kein Fisch. Aber jetzt haben wir eine richtig gute Phase noch, früher am Morgen. Und ich bin zuversichtlich, dass jetzt gleich auch in den ersten Minuten was passiert. Ja, wir starten jetzt mit Powerfishing. Ich fische ein Spinnerbait, Felix ein Shatterbait, Mace Runner und Warrior. Und hier ist ein flaches Krautfeld, das wir erst mal schön abangeln. Im Training hatten wir ganz gute Erfolge, Hechte bis 91 Zentimeter. Das würde jetzt auf jeden Fall gut tun. Mal gucken. Hey, ich bin auf jeden Fall heiß. Schon noch am Zittern, voller Adrenalin, obwohl noch gar kein Fisch gewissen hat. So, wir sind jetzt am ersten Spot angekommen. Das ist ein Spot von dir. Genau. Hier hattest du im Training? Hier hatten wir gute Barsche gefangen, genau, ja. Wir werden jetzt hier anfangen, die Kante vom Plateau zu driften. Wir haben genau die Drift, dass wir auf Kraut werfen können und dann runter vom Kraut raus in etwas tiefere Fischen. Wir werden so von einem bis maximal fünf Meter die Fische suchen. Luis fängt an mit einem Shatterbait. Ich fange an mit einem Texas Rig, mit einem Krebs. Haben wir herausgefunden, dass es im Training gut funktioniert hat. Die Barsche fressen gern die Krebse und auch der Shatterbait hat gefangen. Ich glaube, dass Evert noch weiter geht. Ich glaube, dass ich auch nachher weiß, wo er zu gehen ist. Ich glaube, dass die wissen, aber wir haben in der Training gewählt, also dass die weit entfernt sind. Ich glaube, dass sie da fahren, weil der Wind. Aber ja, das weiß man nie. Das ist Evert. Das war eine Runde. Ja, aber 10 Minuten sind wir hier. Ja, ein schnelles Boot. Der erste Spot, wir gehen für Sander. Wenn wir hier pre-fischen hatten, wir hatten ein paar... In der ersten Kiste sind wir schon. Ja. Hoffentlich sind sie hier. Okay, der erste Kiste. Roll aus! Okay, ja, aber... Let's take some. Hoffentlich sind sie hier. Ich hatte einen Fisch. Direkt, direkt! Ich habe ihn verloren. Jesus! Boom! Ja, Fisch! Ah, ich habe es verloren! Okay, relax. Die sind hier! Wir haben beide nochmal angeworfen, aber... der wollte nur gucken. Aber gucken hilft uns nicht weiter, ne Simon? Ne! Aber stimmt einen positiv! Wir machen all sowas richtig! Fisch! Hecht! Das ist kein Riese, aber der könnte Maß haben. Oh, niedlich! Der kleinste Hecht in diesem Gewässer. Aber egal! Haha! Wir sind entschneidert! Huh! So! Der Mund muss vorne zu sein. Der Mund ist zu. Und er hat 60. Okay! So Martin, dein Fisch! Ich halte ihn trotzdem mal kurz in die Kamera. Ist unser Fisch! Immer Teamarbeit! Ja! Guter Start! Komm, wir müssen noch den Zander holen! Und der geht natürlich wieder zurück! Ne? Vorschrift in Holland! Ja! Gut! Die ersten Pünktchen, die ersten Krümel haben wir! Ja! Der erste Pünktchen! Ja! Der erste Pünktchen! Ja! Der erste Pünktchen! Ja! Aber die Fünktchen waren toll! Ja! Ich denke, sie verdienen es! Aber jetzt ist die Frage, wer wird es zuerst in diesem Boot? Ja! Ich denke, es wird es für mich! Ich habe es für mich gestern! Meine Freundin, sie baut mir Lucky Underwear mit Moose auf! Ja! Du, die Deutschen, möchtest es! Ich denke, das wird unser ... 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 Das ist ein guter, das ist ein Hecht! Könnte auch ein Zander sein! Ruhig, klapp ruhig! Ja, ja! Wir schaffen das! Das gibt's doch nicht! Schon wieder ist die Route krumm und diesmal scheint er größer zu sein! Schöner Pike! Matins Fisch, ein schöner Hecht! Unser Fisch! So, ran damit! Ehrlich dran! Warte, Mund ist zu, jetzt ist das zu! Ist 83! Martin, guter Job! Schöner Fisch, 83er Hecht, wunderschöne Farbe. Der kommt schnell wieder zurück. Vielen Dank, lieber Hecht! Team Finwall, alle drei, das ist schön. Und der Barsch war? 33 Barsch. 32, ja. 83 Hechte. Also 60 und 83 Hechte. Und sie haben fast eine ganze Karte. Ja, ein paar Fische mehr. Sind sie das einzige Team mit Fisch? Ich glaube so. Der Hauptspot kommt jetzt erst. Die ersten drei Fische gehen allesamt auf Finwalls Konto. Und Nays macht bereits den ersten Spotwechsel. Das ist aber nicht der 80er. Nee, das ist er nicht. Aber ein Bonusfisch. Komm rein damit, jawoll. Wuh! Good Job! Gut! So! Panik auf dem Boot! Aber Fisch im Kescher! Aber wir haben es gesagt, wir hatten hier die Tage Nachläufer. Ich weiß nicht, ob das der Fisch war. Aber oftmals sind das Standort treue Fische. Und jetzt hat er auch wirklich quasi auf Ansage gebissen hier. Genau! So, soll ich wieder deinen Fisch rausholen? Ja, bitte! So, gehen wir mal den Kescher hoch. Der hat mich Bock, der ist noch fit. So, ich wusste es. So! Uiuiuiuiui! Ein kleiner Mann! Er kratzt die 60 an. Hat er. Okay! Ja, Leute. Der kleine Spritzer ist nicht am Bluten. Das ist Simon. Den lassen wir schnell frei. Der ist topfit. Und der Simon wird jetzt erstmal verarztet. Ich hole erstmal ein Pflaster. Ja, die kleinen sind oft die gefährlichen, ne? Und es ist wirklich nur ganz leicht am Finger vorne, ne? Ja. Wenn ihr das mal seht, hier. Der Finger ist es. Das sind Rasierklingen. Diese kleinen Biester haben einfach Rasierklingen im Schnabel. Ja, und wenn die sich unkontrolliert schütteln, dann läuft es manchmal echt doof. Ich glaube, Dustin hatte das die Tage auch auf seinem Boot erfahren dürfen. Ja. Ja. Passiert. Gehört dazu. Ist halt angelnd. Es ist viel Blut ums Boot, jetzt kommen die Haie. Auch der vierte Fisch landet in Martin und Simons Kescher, wodurch es aktuell einen ziemlich einsamen Spitzenreiter gibt. Doch Sekunden später knallt es auch bei der Konkurrenz. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Junge. Ist ein Barsch. Ist ein Barsch. Alter. Der geht. Junge. Wir waren gestern ein kleines Fopal mit der Route passiert. Ich habe gedacht, die wäre fein. Aber die ist doch nicht fein. Alter. Ich habe so angehauen. Das war der erste Wurf. Ich werfe da hin. Boom. Jesus. Geil Mann. Auch gleich eine Größe mit der man arbeiten kann. Ja. Wir kommen mit ein bisschen Verspätung. Nach 50 Minuten mit dem ersten Fisch. Was haben wir? Schiedsrichter. So Leute. Der Plan ist aufgegangen. An der Kante zu fischen. Dank des 360. Also diesen Fisch haben wir wirklich zu verdanken. Dem 360. Dass ich den Wurf genau dahin gemacht habe. Wo wir ein paar Fische gesehen haben. Direkt draufgeschirrt. Was für ein Biss. Geil. Wir haben jetzt eine Route weniger an Bord. Aber wir haben ein paar Punkte. So Kleiner, verpetzt mich nicht. Verpetzt mich nicht. Ja. Bam. So. Wir sind im Spiel. Und das werde ich einmal kurz switchen. Dass ich dann mit der Route weiterfischen kann. Mit dem Bladed Jig. Und ja. Hoffentlich wiederholt sich das Ganze gleich. Denn wir brauchen jetzt zwei Barsche. Aber ich bin erstmal gut gelaunt. Muss ich sagen. Das war ein guter Starter. Ein guter Starter. Auf jeden Fall. Ein guter Starter. Und jetzt war ich einmal schnell die Route fertig. Und dann machen wir weiter. Vielleicht kriegen wir ja noch einen. Bei Humminbird scheint nach dem Fisch sprichwörtlich die Sonne. Ein paar Kilometer weiter östlich wird der Ton dagegen bereits etwas rauer. Komm mal, Evert. Show your skills. Stefan. Stefan. Ja? Let's move. Three cast more. Three cast more. What do you say? Three cast more. We're wasting time now. Let's go on to the other side. Yeah, but give me three cast. It goes fast. A pike, 98. 97. That was the biggest pike for me on the pre fishing. But you know, it was my first Dutch pike. So I'm happy for that. Also, we have a medium perch. Yeah, over 40. Not a really big fish, but it's nice to eat to fish. Fish! Yeah, but they are here. It's not a big one, but it's a fish. It's the first on the board. Yeah. Third chance. Boom. And of course, piglet shad. Yeah, this one. Really nice. It's a good color. It's 53. It's not the big one. Yeah. We struggled in the beginning and we had some bite. It's not the big one. But it's always nice to have a fish in the boat. So, I'm happy for this fish. It was a good strike. We put it back. Now we take another one. Come on. Show your skill. Come on. That's the first Zander, I think. Yeah. So, there is hope. Fisch! Fisch! Nein! Fast 1. Absinthef, oder? Zweiter. Ein gutes Zeichen. Zander. Zander? Ja. Guck mal, er hing sogar richtig drauf. Ja, der hat voll draufgenagert. Schade. So ärgerlich. So viele Chancen bekommt man nicht, weil das ist so. Der ist definitiv ein Zander. Sieht man auch auf dem Köder, die Abdrücke. Volle Wurfdistanz. Ist hier bei dem Spot oft so. Erster Wurf, Fisch. Gestern war das auch so im Training und dann erstmal ne Weile nix. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich. Mal gucken. Oh, da sind Fisch auf dem Boden. Put the anchor. Small one. Yeah. Small, but the first fish. Good job man! The Boomer did it. So, first bike. On the 28 Dram Boomer. With the Tip CXL. Yeah. 63. Das ist der Fisch. Cool. Das ist der Fisch. Der Fisch. Das ist der Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 egal ob ihr mit dem Bellyboot, mit dem Kajak oder sonst was, traut euch raus aufs Wasser. Man muss nicht auf dieser riesen Wasserfläche so weit fahren, um tolle Fische zu fangen. Und das ist der beste Beweis dafür. Ein schöner Barsch. Richtig geiler Fisch. Wir messen ihn mal. Hat er 41? Nein. Hat er doch? 41. Also Martin, heute werde ich auf jeden Fall nicht für dich kochen. Aber nicht den Barsch. Nein, den setzen wir jetzt wieder zurück. Den setzen wir zurück. Also, ein wunderschöner Fisch. Du darfst heute auf jeden Fall aussuchen, was ich für dich koche. Guter Mann, guter Mann. Wird ein 7-Gänge-Menü. Nein, alles cool. Weitermachen. Wie gesagt, das Teilnehmerfeld ist so stark. Da ist die Suppe noch nicht gelöffelt. Martin liegt richtig. Mit fünf Fischen wird man wohl kaum ins Finale kommen. Trotzdem ist ihr Start mehr als gelungen. Anders als bei Headbanger, die an ihrer ersten Stelle keinen Biss verbuchen konnten. Okay, wir gehen. Ja, ein neues Spot. Neues Spot. Let's try das. Tynwall, 41. Perch. Ja, sie sind wirklich gut. Und Nase, 41. Und Ilex, Pikes, 63. Cool. Dann gehen wir für den Sander. Und jetzt wird es schwer sein. Egal was, wir können alles gebrauchen. Macht Bremse schön. Das ist ein dicker Hecht, oder? Meine Rute liegt hier... Oh, nee, das schlägt wie ein Sander, oder? Yes! Kein Riese, aber geil. Boom. Boom. Ich hab gesagt, sie faul da noch hin. Dustin hat gerade noch gesagt, werf dahinter. Ich hab's gemacht. Erster Wurf. Boom. Zander. Ja. Der war wichtig. Der hat den Chatterbett total weggedrückt. Nase-Prototyp mit einem Nase-Predator als Trailer. Und wir haben... Über fünf... Was hat er? 62. 62 Punkte. Mein erster Wettkampffisch in meinem Leben. Ich freu mich. Und dann schon schöner gleich, Alter. Sehr schön. Geil. Sehr gut. Ich hatte ja viele Jahre lang gar kein Vertrauen in Chatterbaits. Aber dank Dustin, seit ein paar Monaten schon. Und mittlerweile hab ich schon echt viele schöne Fische draufgefangen. Und genau auf den Köder hab ich auch gestern den Abschlusszander gefangen. War ähnliche Größe, ne? Ähnliche Größe. Und hat jetzt wieder geklappt. Sehr schön. Boom. Das ist ein dicker Barsch. Das ist ein dicker Barsch. Das ist ein richtig dicker Barsch. Boah, das ist ein Monster. Komm, 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 komm. Yes! Boah, das ist ein Monster. Barsche full. Boom. Haha. Und? Was war's? Alter, das kann ein 50er Barsch sein. Könnte ein 50er Barsch sein. Oh mein Gott. Und zwar auf den Maze Runner. Ja. Das ist ein Monster-Barsch. Ist ein Anker drin? Ja. Guck mal hier, der Köder. Maze Runner. Maze Runner mit C01-Trailer. Und guckt euch die Zen-Barsch an. Wow. Guckt euch die Zen-Barsch an. Alter Schalter. Das könnte tatsächlich ein 50er Barsch sein. Yes! Measureboard nass machen. Ist schon nass. Ein 51er Barsch auf den Maze Runner im Wettkampf. Das ist einfach ein Traum. Und auf die Maze Runner. Guckt euch diesen wunderschönen Fisch an. Aber wir wollen nicht zu lange rumlabern. Den lassen wir frei. Was für ein Traumfisch. 51 Zentimeter. Yes! Das muss man erst mal machen. Ein 51er Barsch im Wettkampf. Hut ab, mein Lieber. Hut ab. Und hier ist der Köder nochmal. Habe ich schon sehr oft vorgestellt. Habe ich schon sehr oft gut mitgefangen. Auch im Wettkampf. Was ich immer noch mache, ist hier so ein Trailerhook ran montieren. Einfach im Wettkampf, um auf Nummer sicher zu gehen. Eine kleine Stahlspitze für die Hechtsicherheit. Und dann ein langes Fluocarbon. Und was mich besonders freut, ist auch mit unserem neuen Naze One gefangen. Ein Traum. Ich bin glücklich, muss ich sagen. Das ist mehr als nachvollziehbar. Denn Naze hat nun schon drei richtig gute Fische in der Wertung. Zum 41er Barsch gesellen sich ein 62er Zander und ein 51er Barsch. Die Konkurrenz ist vor allem vom Traum-Barsch sichtlich beeindruckt. Wir haben das gute Nachrichten gehört. Er hat einen sehr großen Barsch von 51cm. Das ist wirklich cool. Ich denke, das ist ein Keeper. Das ist ein Keeper für sicher. Das ist ein große Punkt für die Komponente. Also ein schöner Job. Das ist ein Keeper. Das ist ein Keeper. Das ist ein Keeper. Das ist ein Keeper. Das ist ein Tor. Also ein Keeper. Ich denke, du soll das machen. Bleib mit dem Leder. Gib mir das Netz, mein Freund. Wir machen es hier. Okay, 93. Ist das okay? 93. Auf unserer Zander-Spot. Ich fahre die Zander und du fahre die Zander. Wir ändern es. Es ist der erste schöne Zander. Ich bin glücklich mit dem. Es ist nicht groß, aber 93 Punkte. Also schnell raus. Und du fahre die Zander! 51? Ist das der 51? Ha, ha, ha. Good job! Er verdient es. Nach der Probleme mit dem Boot von gestern. Aber 51 ist ein schönes. Das ist schwer zu fangen. Das ist ein wirklich schöner Fisch. Ich hab dir gesagt, save die Hechte. Ja, hätte ich auch gedacht. Ich hab gedacht, der erste Fisch, der am Boot landet, ist ein Hecht. Aber gut so. Weil ich denke, es fällt uns leichter, im Lauf des Tages noch ein paar Hechte zusammenzukratzen. Als Zander und Barsch. Ja, aber das ist immer das Komische. Manchmal beißen die Hechte dann überhaupt nicht. Das hatte ich nämlich hier schon oft. Top Hechtbedingungen. Jetzt schön Wind drauf. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Eigentlich müssten die Hechte packen. Ich mag ja Sonne bei Hechten, muss ich sagen. Echt? Ja, voll. Ich mag so leichten Sonnen-Wolken-Mix. Keine direkte Einstrahlung. Fisch! 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 Geiler Barsch! Yes! Next one! Nicht so eine Maschine wie gerade, aber auf jeden Fall auch ein 40er. Und guckt euch das an, wie der den Köder weggeschluckt hat. Da ist der Mace Runner drin. Ein Wahnsinnsbiss. Der hatte richtig Bock darauf. Ich sage es beim Barschangeln immer wieder. Keine Angst vor großen Ködern. Fisch ist im Wasser, dass ich kurz den Köder zeigen kann. Wie eben Mace Runner in der M-Variante auf Barsch und Hecht. Mein absoluter Lieblingsköder im Moment. Fängt immer. 41. Auch ein schöner Fisch. Der darf natürlich schnell wieder ins Wasser zurück. Danke. Ja, Fischhorn! Yes! Yes! Und gleich der nächste gute Barsch. Gibst du das Bord gleich hoch? Der ist eh ein kleiner. Aber es ist wichtig. Aber es gibt Punkte. Wichtig. Jetzt hätten wir theoretisch, wenn wir noch ein... Barsch haben wir voll jetzt. Ja, mehr Barsche können wir nicht reinbringen. Nur größere. Schauen wir mal, wie groß er ist. Maul zu. Was hat er? Vorne ist er dran. Er ist 41. Haben wir jetzt dreimal 41? Richtig, richtig schöner Barsch. Und gefangen wieder auf meinen Erfolgsköder vom Zander schon. Den Nace Warrior. Geil! Der Doppelschlag führt zu einem Wechsel an der Tabellenspitze. Nace hat nun schon vier große Barsche und einen guten Zander in der Wertung. Luis verfolgt die Ergebnisse sehr genau. Das sind 41 Barsch und Felix nochmal ein 41 Barsch. Also Team Nace hat schon vier Barsche. Jesus! Jesus! Und davon sind drei so groß wie unser. Und dann haben sie nochmal einen mit 51. F***ing hell. Tja. Team U-Boot. Team U-Boot. Gibt Gas hier. Bis jetzt ist der Schnitt sehr gut. Jeder Fisch über 80 Punkte. Wenn das so weitergeht. Also wir brauchen jetzt noch zwei Hechte und einen Zander. Das wäre ein absoluter Traum. Mal gucken. Die Barsche scheinen hier gerade sehr aktiv zu sein. Und sind immer ein bisschen schneller an den Garten. Ködern. Jetzt überlegen wir tatsächlich schon den Spot zu wechseln. Weil Barsche bringen uns nur noch was, wenn sie größer als 41 sind. Schon eher Zander und Hecht angeln jetzt. Ja, hier ist wirklich tatsächlich. Gut. Fisch. Guter Fisch. Das ist ein Hecht. Ein schöner Hecht. Richtig guter Hecht. Also so ein Mit-80er. Naja, der ist größer. Barsche. Boah, bin ich am Zittern ey. Ja, glaube ich. Ich auch. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt kommt er. Doch nicht. Sogar vielleicht ein bisschen größer. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Egal. Hast du nicht gesehen? Konnst du nicht? Ah, drin. Was? Das war ein nervenaufreibender Drill. Immer wieder abgegangen. Ah. Ja. 85. Ja, ein wunderschöner Fisch. Und worauf? Auf den Mace Runner? Ja. Boah. Dünn ist er. Dünn. Aber der könnte. Wie sein Fänger. Wie sein Fänger. Was? Das Blut ist von mir. Das hat er mir Schönheit mitgegeben. Wie beim Hecht. Typisch. Ein richtig dünner Fisch, aber kräftig ohne Ende. Ja. Einen richtig guten Fight gegeben. Nervenaufreiben. Ja. Drei. Yes. Den Kuss hat er sich verdient. Aber so richtig. Nun also auch der erste Hecht. Bei Nays klappt nach etwas Anlauf nun alles. Es wird Zeit, dass von einem der anderen fünf Teams mal wieder etwas kommt. Ja. Der Grund für dieses Tournament ist, dass wir eine Power Hour benutzen können. Wie jeder Technik ist. Wir werden ein bisschen belagische Fischung machen. Und versuchen, einen großen Sander oder vielleicht einen Hecht. Das ist nur für eine Stunde. Wir werden den Alarm gefordert. Und dann fangen wir für eine Stunde. Der Wind ist ein bisschen weniger. Also, wir werden uns hoffen, dass es funktioniert. Ja. Es ist eine gute Zeit für die Tide. Wir werden uns hoffen, dass die Fische aktiv sind. In diesem Wettkampf gibt es ja die Besonderheit der Power Hour. Davon werden wir keinen Gebrauch machen, weil wir nicht schleppen, nicht pelagisch angeln und auch nicht vertikal angeln. Wir sind quasi klassische Wurfangler. Aber vor der habe ich natürlich auch ein bisschen Sorge, weil die pelagischen Jungs und die Leute, die Livescope nutzen, die dicken Fische natürlich ganz gut ausmachen können. Aber wir, wie gesagt, machen es nicht. Wir vertrauen hier auf unsere Wurfangelei, die wir eigentlich immer machen. Und bis jetzt klappt es ja auch ganz gut. Mal gucken, was die Power Hour bei den anderen so bringt. Ich bin gespannt. Ich glaube, das ist ein guter. Ja. 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 No, das ist noch ein. Das ist ein guter. Ja. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Ja. Das ist ein guter. 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 Ja. Das ist ein guter. Alexander, man! Du bist wirklich großartig! Du bist wirklich großartig! Oh, endlich mal Sahne, ey! Glück muss man haben! Ich habe ihn nicht gesehen, ihr habt die Route einfach da hinten. Glück muss man haben, ey! Hoppa! Verdammt! So, nimmst du ihn raus? Ja, ich nehme ihn raus. Wenn er sich beruhigt hat. Ruhig, 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 ruhig. Ja, deswegen die Abpackmatte unten drunter. Ein Fisch, der im Boot auf dem Boden liegt, kann nicht mehr runterfallen. So, bist du bereit? So zumindest die Theorie. Ja, die Kescher weg. Oh yes, Baby! Oh yes! Was haben wir da? Über 88. 89. 89 hat er. Also ich halte Martins Fisch, das bringt Glück. Martin haut heute richtig an raus mit den Hechten. Richtig geiler Job, Martin. Und der? Kommt natürlich wieder? Ins Wasser, gehört da hin. Mal einen schönen Release. Und er will ab! Wir haben so viele Hechte auf Chatterbait gehabt, aber die sind alle nicht kleben geblieben in den Tagen. Und jetzt hat es endlich mal funktioniert. Heute habe ich einen gekischert. Geiler Job, echt. Teamwork, ist so. Finnwal bleibt dran. Dieser 89er Hecht ist ihr bisher punktbester Fisch und vor allem auch schon der sechste Wertungsfisch. Es fehlen lediglich zwei Zander zur Fullcard. Ja, die Finnwal-Leute haben schon wieder einen 89er Hecht eingereicht. Wie schon gesagt, die hatten mal gar nicht so auf dem Schirm, aber die performen bis jetzt richtig gut. Haben von Anfang an einen Fisch gefangen. Waren sogar, glaube ich, die ersten, die überhaupt einen Fisch eingereicht haben. Und reichen einen nach dem anderen ein. Ja? Die sind gut dabei, die Jungs. Ja, Leute, der Wind wird nicht weniger. Wir angeln die Kante ab und müssen quasi seitlich zum Wind werfen. Und so ein kleiner Wobbler hat die letzten Tage gut funktioniert. Trinkt aber nichts, wenn man damit nur 10 Meter oder 20 Meter weit rauskommt. Deswegen werde ich jetzt wieder ein bisschen schwerer angeln. Shatterbait dran machen. Bleib mal bei dem Shatterbait, an dem ich am meisten glaube. Hier ist ein Kofi-Pintail dran. Der hat auch schon ordentlich Bischspuren. Der hat die letzten Tage gut geliefert. Gerade schöne Barsche haben wir damit gefangen. Finnwal und Mays fangen. Doch nicht bei allen Teams läuft es bisher nach Plan. Ilex konnte bisher nur einen kleineren Hecht fangen. Mark wechselt erneut den Spot und Headbanger. Das ist der Sender, ich denke. Das ist zu tief. Ja, das ist viel zu tief. Wenn du zu tief fangen, ist das wirklich schlecht für den Fisch. Wir versuchen den Fisch rund 6-7 Meter. Und die meisten Fisch, die hoch in der Wasser sind auch aggressiv. Ja, du hast es gesehen. In den ersten zwei Minuten haben wir bereits einen wirklich großen Sender auf. Aber wir haben es verloren. Jetzt haben wir eine Empte Schrein. Ich möchte euch erklären, wie man sieht, ob es ein Fisch ist oder nicht. Aber jetzt sieht man nichts. Aber wenn es ein Fisch ist, dann sieht man kleine Barsche. Und wenn es eine große Barsche ist, dann wissen wir, dass es ein großer Fisch ist. Und dann versuchen wir es direkt unter dem Boot, um eine große Barsche zu spüren. Es hat eine sehr gute Profile. Mit einer großen Barsche. Mit einer großen Barsche. Standing above. Und das ist das, was die Fische sehen. Das ist das, was auf ein bisschen größere Zander geht. Aber selbst ein 55er drückt sich den weg. Und das Schöne ist, dass die extrem geil einfaltbar sind. Von daher haben wir extrem wenig Fehlbisse auf die Köder bis jetzt. Und ich hoffe, dass der es jetzt richtet. Fisch! Ich geh nach hinten, ja? Das ist ein großer Fisch. Das ist ein richtig großer Fisch. Das ist äh... Geiler Biss. Auf jeden Fall. Also so ein richtig dicker Hecht, ne? So... Auf jeden Fall die Meterklasse. Genau so einen bräuchten wir. Bitte? Genau so einen bräuchten wir jetzt. Das ist ein Monsterfisch. Diese Bremse ist kaputt, warum auch immer. Der hängt super knapp. Halben Meter. Komm mal her hier. Der Bremse ist im Arsch. Kann ich nicht mehr fischen? Oh ja, der hat locker einen Meter. Okay, probier mal jetzt zu kriegen. Bitte. Jetzt, jetzt, jetzt. Kommt er. Doch, kommt er. Kommt er, kommt er, kommt. Jetzt hast du ihn. Yes! Yes! Wow! Das könnte ein Meterhecht sein. Puff! Alter! Wow! War das jetzt wieder nervenaufreifend. Wow! Auf den Venom! Oh! Justin! Du performst heute, du performst heute, ey! Oh! Guckt euch dieses schöne Tier an! Mit Squeezing hat er genau einen Meter. Ja, an der Nase von 1 bis 30 Gramm habe ich gedacht, der ist ein bisschen größer. Ja, aber ein Meterfisch. Meterfisch ist geil. 51er Barsch. Meterhecht. Also wir liegen aktuell sehr, sehr gut im Rennen. Wenn wir jetzt noch einen Thunder fangen. Haha! Geil! Das heißt, am nächsten Turniertag nur noch verbessern. Dann haben wir eine Full Card nämlich. Der darf schwimmen. Guckt euch diesen Fisch an. Yes! Guckt euch den an. Ein schlanker Fisch, ne? Normalerweise kenne ich hier sehr dicke Fische. Schlanker. Oh, jetzt kommt er. Gut Job. Der Venom. Unser Prototyp hier. Jetzt schon einer meiner liebsten Köder. Einfach geil. Kommt bald auf den Markt. Könnt euch auf was geiles freuen. Das ist der große. Das ist der mittlere. Es gibt noch einen größer zwischen. Und noch einen kleinen. Fängt auch Hecht. Barsch auch. Und Sander Ata heute auch schon gehabt. Yes! Der erste Mieter-Bike. Ich habe den Garten gefangen. Der erste Mieter-Bike. Der nächste Mieter-Bike. Der nächste Mieter-Bike. Was heißt das? Zwei solide Fische. Wir haben es versucht. Ist es da? Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Ja. Scheiße. Ein paar Chancen. Keine Glück. Aber das ist fischend. Und jetzt müssen wir ein bisschen Kastung machen. Ja, endlich. Mike. Das ist vor allem Nays ja gerade eindrucksvoll. Ein Zander und die Karte von Felix und Dustin wäre jetzt bereits voll. Da ist ein Zander. Das ist ein richtig schöner Zander. Komm, hol den rein. Oh, ist das ein geiler Zander. Ja. Boom. Full Card. Boom. Ja. Wow. Der ist gut. Der ist gut. Offen Mace-Runner. Wow. Das sind mit 70er. Oh ja. Oh ja. Der hat 72 Punkte. Genau 72. Ein schöner 72er Zander. Und somit die Full Card. Full Card. Und das Ganze vor 12 Uhr. Vor 12 Uhr und mit geilen Größen. Oh, das Measher-Board brauchen wir noch. Ja, den Fisch setze ich jetzt auch wieder zurück. Oh, ich bin richtig erleichtert. Full Card, Jungs. Ist das geil. Angeln kann so hart sein. Unser Training, wirklich kein Witz, lief so was von bescheiden. Ersten Tag Krankenhaus, Felix die Hand kaputt, Motor aufgesetzt. Zweiten Tag Boot voll Wasser, Bilgepumpe kaputt, Echolote ging nicht. Gestern alles in Eile noch so halbwegs gefixt und im Training keine Fische gefangen. Und jetzt vor 12 Uhr. Also wir angeln jetzt nicht mal drei Stunden. Wir angeln nicht mal drei Stunden. Und haben eine Full Card. Mit Hammerfischen. Mit Hammerfischen. 70er Zander, 50 plus Barsch, Meter Hecht. Also wenn es da oben jemanden gibt, dann vielen Dank. Es ist wirklich kaum zu fassen. Acht Fische. Perfekt aufgeteilt auf die nötigen Arten. Und alle acht Fische sind über 80 Punkte wert. Nays Scoreboard, nach weniger als einem Viertel der gesamten Angelzeit, ist schon jetzt ein richtig dickes Brett. Auch Felix ist glücklich. Boah, ist das ein Hammergefühl. Der Druck ist grad, man kann sagen, eigentlich komplett weg. Wir haben erst mal unseren Soll erfüllt, aber wir bleiben natürlich dran und versuchen jetzt Stück für Stück noch die Fische zu verbessern. So, Team Nays has a full Card already. Okay, perfekt. Perfekt. Perfekt mit ihnen. Ah, ja. Wir sahen die Elix-Gerchen rund um den Rockpile. Sie fischen die gleiche Technik wie wir, ich denke. Jetzt. Ich weiß nicht, ob sie viele Fische oder so haben. Aber sie gehen für große Barsch, ich denke. Die Höhe von CWC entschließt sich zum ersten Gewässerwechsel, indem sie aus dem Hollandsdieb in die Ammer hochfahren. Evert und Truman, wie der Schwede meist genannt wird, probieren es nun also im Fluss. Wenn nichts kommt, gehen wir zum anderen und dann machen wir alle Pirs. Nicht zu viel Zeit auf dem Platz, wenn es eine aktive Barsch gibt, werden sie direkt wegnehmen. Wir hoffen, dass wir die Barsch mit dem Barsch haben. Kranky X 6.5 cm. Ich glaube, es ist ein guter Farmer für den Smalke-Water. Ich habe es verloren! Aber sie sind hier! Wir probieren den anderen Spot und dann kommen wir später. Evert, wir probieren sie! Ja, natürlich! Aber warum muss es immer so sein? Ja, aber das ist Fisch, mein Freund! Wir probieren sie, wir probieren sie! Du weißt, du willst die Fische so schlecht! Und wir haben einen verloren! Nicht gut! Aber gehen sie wieder! Das ist die einzige Option! Wir probieren sie! So, wir haben jetzt kurz vor 11 Uhr, um 11 Uhr wollten wir mit dem Zander fischen beginnen. Jetzt sind wir in einem Spot, den ich im Training gefischt habe. Wir haben hier sehr gut gefangen. So, was ging denn hier noch so? Team Nays! Meter Hecht! Unglaublich! Und noch ein 72er Zander! Die haben die Full Card! Und muss man auch sagen, mit wirklich krassen Fischen! Also jetzt schon mal Glückwunsch zum Weiterkommen! Zum Qualifizieren! Dustin, ich gönne dir das wirklich! Krasse Leistung! Ich weiß, er hatte die letzten Tage ein bisschen gehustelt beim Training, hat ein paar Probleme gehabt. Aber im Turnier, der Typ, der delivert jedes Mal! Unglaublich! Auch Humminbird und Elex setzen nun aufs Flussangeln. Für Humminbird ging es aus dem Haring-Fleet übers ganze Hollandsdieb bis in die Deutsche Kiel, wo es nun also ein Zander werden soll. Elex musste weniger lang fahren, denn Mark und Gail wollen nun in der Meerwede einen Barsch fangen. Simon und Martin sind dagegen weiterhin auf dem HD unterwegs. So, nächster Köderwechsel. Wie ihr sehen könnt, hat Finnwal ein Marineteppich verbaut an der Bordpfand, sodass wir unsere Köder super hier einhaken können. Der ist schlaufenlos. Das bedeutet, man kriegt die Köder halt ohne weiteres auch einfach hier raus und kann halt einfach dann schön schnell Köder wechseln und angeln. Ja, Simon hat es eben gesagt, es ist schlaufenloser Marineteppich. Sprich, man kann die Köder einhängen. Habt ihr ja eben gesehen, wunderbar. Aber er ist auch relativ pflegeleicht. Es schimmelt nichts, er trocknet sehr schnell, selbst wenn Wasser reinschwappt oder es regnen sollte. Und wenn er mal dreckig ist, wir laufen ja mit unseren Boots. Fisch? Wir haben einen Fisch im Drill. Ein Zander! Ein Zander! Ein Zander! Yippie! 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 Ja Leute, da hat sich das Köder-Karussell gelohnt. Ich habe gerade einen Jigspinner dran gemacht. Und während Martin über die Teppiche nochmal geredet hat, ist ein schöner Zander eingestiegen. Matte ist noch nass. Jawohl! Oh ja! Was haben wir da? 54! 54! Ja, ein schöner Zetti. Ich habe gerade über das Boot ein bisschen erzählt. Und Simon hat auf den, was war das, ein Barsch Baron? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ein Barsch Baron. Einen schönen Zander verhaftet. Hinfort ist er. Und Leute, ihr seht es, man muss nicht Zander auf 12 Meter angeln. Es geht auch auf 1,8 Meter. Das Echolot zeigt es an, 1,8 Meter. Jigspinner, Barsch Baron, hat funktioniert. Besser kann es nicht laufen. Hier haben wir ein paar Pikes. Also da ist das gut! Fangen wir zu meinem Comfortzone, für Barsch Multi-Fisch. Dieser ist schon schon etwas verabschiedet, aber ich liebe es, mit dem Maßnahmen zu haben. Mit dem Fahnen zu spielen. Da gibt es sehr kreisch. Wir werden sehr hohen, aber ich habe einen kleinen Garten. Wenn ich es nicht verletze, um es ein bisschen zu nerven, wird das sicher funktioniert. Ich hoffe nicht, dass er gehakt ist. Gehakt ist er, aber im Maul. Der erste Zander für Team Hummingbird. Sehr schön, sehr schön. Leider kein 72er. Wie bei Dustin, aber wir nehmen den auch. 41er und der Barton haben. Nein, er ist größer. Die scale ist bereit. Die brauche ich nicht so weit ausfahren. Der Schiedsrichter hat entschieden. 55 cm. Der Anfang ist gemacht. Der erste Zettie. Und das wird aber nicht der letzte bleiben. Weitermachen. Darauf kam der Kleine. Auf den King Louis in 10 cm. In der Farbe Motorback. Mit einem 15g Kopf. Der Monkey Hook. Mit einem UV-aktiven Aggressionspunkt. Den die Räuber in der Absinkphase auch wahrnehmen können. Sehr, sehr schön. Der Gäste? Der Gäste? Es ist noch weit, aber... Das ist ein Barsch. Hedgeheck! Es könnte ein großer Barsch sein. Wir hoffen, dass es ein großer Barsch ist. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja Mann, endlich! Geht's! Das ist die Sache mit dem Kächern. Wow, wunderschöner Barsch. Nicht ganz so fett, aber schön lang. So. Der hat 45. Fünftiger Barsch. Der darf jetzt wieder schwimmen. Und hoffentlich sind da noch mehr von denen. Endlich ein Fisch gefangen, ey. Wir tun es echt schwer im Moment noch. Aber am Ende brauchen wir acht gute Fische. Zwei Tage Zeit. Grube wahren und weitermachen. Auch wenn es keine Positionswechsel in der Tabelle gibt, es tut sich trotzdem was. Nays und Finnwal sind aktuell weit vorne. Doch dahinter liegen CWC, Hammondbird und Ilex nach den letzten Fischen von Luis und Marc jetzt eng beieinander. Wir sind jetzt, weiß ich nicht, am fünften Spot oder so. Und konnten jetzt endlich den zweiten Fisch fangen. Ein richtig schöner Barsch. Allerdings gibt es wohl Teams, wie Team Nays, die schon eine Karte voll haben. Die ein bisschen bessere Taktik gefahren sind oder andere Spots angefahren sind. Ich weiß nicht, wo sie fischen. Nur gesehen, Dustin ist beim Start links rausgefahren. Ich denke, der ist in Sarin Street gefahren. Ja, das ist auf jeden Fall ein starker Start. Aber da wir ja zwei Tage Zeit haben, ist das noch nicht vorbei. Und außerdem müssen wir die Gruppe ja nicht gewinnen. Wir müssen sie wieder überlegen. Wieder ganz knapp vorm Boot. So ein bisschen. Aber du führst nicht sehr aggressiv, ne? Verhältnismäß. Oder zu mir zumindest. Das ist auf jeden Fall keine Fritte. Das ist gut Strömung drauf. Aber der sollte ein bisschen größer sein als der von gerade. Mille Grazie. Team Honeybird! So Leute, da ist er. Knallharter Biss. Ganz knapp vom Boot gebissen. Da habe ich den Köder noch so schön ausgependelt. Und boah. Hammer. Wieder auf den Motorback. Die Farbe hat sie jetzt wieder gebracht. Motor Oil. Jetzt bei der Sonne. Angetrübtes Wasser. Wunderschön. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Und das sieht aus wie 61. Ja. Ja. Sehr schön. Aber hier schwimmen auch ein bisschen größere noch rum. Und die versuchen wir jetzt zu bekommen. Und davon ein paar. Bei dir auf ihm. Fisch. Schöner Fisch. Schöner Barsch. Richtig guter Barsch. Richtig dicker Barsch. Ach du Scheiße. Das ist ein 50er. Das ist ein 50er. Das ist ein 50er Barsch. Barsch. Ja. Wir haben ihn. Nicht ganz. Aber das ist ein 47er, 48er Barsch. Wieder auf dem Mace Runner natürlich. Ey. Wir haben Spätsommer. Und guckt euch diese Murmel an. Was ist das bitte für ein Barsch? Wir haben nicht Winter. Das ist der absolute Wahnsinn. Guckt euch das an. Das ist ein Monster. Und das im Turnier. Das ist alles, was heute passiert im Turnier auch noch. Stunde der Wahrheit. Der ist so fett. Deswegen denkt man, der ist größer. Aber 47. Nehme ich jetzt sehr, sehr gerne. Was für ein krasser Fisch. 47er Barsch. Ein Traumfisch. Guckt euch dieses Ding aus. Wie Gold und schöne Farben. Und weg ist er. Yes. Und der Mace Runner. Es nervt euch jetzt wahrscheinlich schon. Was für ein Köder. Ein so geiler Köder. Verbesserung. Yes. Was war denn der kleinste Fisch vorher? 41. Ne, ne. Der kleinste Fisch. Der 62er Zander. Ne, ist auch über 80. Ja stimmt. Der 82. Der 80,6. Und die 41er Barsch. Aber der kann nicht rausfliegen. Der Zander. Ne, der kann noch nicht rausfliegen. Aktuell können wir nur Barsche verbessern. Aktuell. Ne, wir können alles verbessern. Aber wir können keinen Zander gegen Barsch aus. Ja stimmt. Wir können aber Fisch gegen Fisch austauschen. Also haben wir über 6 Punkte. 6 Punkte. Ja. 6 Punkte haben oder nicht haben. Wir haben sie. Boom. Es sind nicht 6 Punkte, sondern 6 cm Verbesserung und daher ein Upgrade um weitere 12 Zähler. Schon jetzt ein unglaublicher Angeltag für Dustin und Felix, die aktuell uneinholbar wirken. Die Route, die ich jetzt hier benutze zum Barschangeln, ist aus unserer Element Rider Serie die Power Finesse. 2,15 m Medium Light. Das ist für mich einfach eine sehr, sehr geile Barschroute, muss ich sagen. Eigentlich wurden die Element Rider gebaut zum Salzwasserangeln. Also eigentlich sind es Salzwasserrouten. Aber die Power Finesse und auch die Stalking Special sind für mich von der Aktion richtig geile Barschrouten. Die Routen haben so eine bisschen eigene Charakteristik, kann man sogar sagen. Die Aktion ist so fast, fast regular. Das heißt, die Route eignet sich hervorragend zum Angeln mit Hardbaits. Also sprich Wobblern, Crankbaits, Twitchbaits, aber auch mit eben Chickspinnern oder so kleinen Blades. Die ist vorne sehr weich, im ersten Drittel. Das heißt, ihr könnt den Kröter schön animieren, ihr könnt genau werfen. Der Fisch kann den Kröter vor allem gut einsaugen. Und dann wird sie ein bisschen härter hinten raus, aber trotzdem noch sehr soft. Das heißt, auch wenn der Fisch knapp gehakt ist, man benutzt geflochtene Schnur, man hat kaum Dehnung. Da will man, dass die Route das ein bisschen abfedert. Deshalb ist das für mich zum Hardbait-Fischen die optimale Barschroute. Das ist nicht so groß als der erste, aber das ist der Keeper. Danke! 36, 36er Barsch. Da darf ich jetzt gleich wieder rein. Das sind die nächsten Punkte. Vielleicht geht's jetzt endlich mal ein bisschen voran. Wäre sehr wünschenswert. Marks Wunsch ist notiert. Ob er in Erfüllung gehen wird, sehen wir dann in der nächsten Folge am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Ein letzter Blick auf die Tabelle zeigt uns Nays mit einem Wahnsinns-Ergebnis auf Platz 1. Finnwall mit bereits 7 von 8 Wertungsfischen auf 2. Hammondbird mit einem Barsch und zwei Zandern auf 3. Knapp dahinter Erdix mit zwei Barschen und einem Hecht auf 4. Und die beiden schwedisch-holländischen Teams CWC und Herdbanger auf 5 und 6. Bitte lasst uns ein Like, ein Kommentar und ein Abo da und schaltet vor allem nächsten Sonntag wieder ein. Ciao!